Das Revox-Feller-Studio Richterswil. Besucher können hier die Zukunft des Wohnens schon heute erleben. Daniel Hofer präsentiert seinen Kunden ein Haus, wo Unterhaltungselektronik, Licht- und Gebäudeautomation perfekt miteinander vernetzt sind. Als Kunde ist es sehr offen. Das heisst, alle Systeme, die er möchte, sind vernetzbar, einbindbar. Das geht von digitalen TV-Boxen, SAT-Anlagen bis hin zu speziellen Fernseher, die in Möbel verbaut sind, integriert sind und durch das steuerbar sind. Um zu zeigen, wie einfach das alles funktioniert, spielen wir mal einen Film abspielen. Dann sehen Sie, wie einfach das ist. Sie drücken auf der Fernbedienung einen Tasten, das System startet, der Fernseher schaltet ein, dreht sich in die richtige Position, von dort, wo wir schauen wollen. Die Anlage schaltet ein, der DVD-Player startet und wir können den Film schauen. Zum Zeigen, wie vernetzt das ganze System ist, schauen wir jetzt in einem anderen Raum den Film einfach weiter. Wenn ich in der Lounge den Film weiter schauen möchte, wo wir vorher angefangen haben, kann ich durch die Drücke von den DVD-Tasten den Fernseher ausfahren, dann geht er auf den richtigen Eingang und der Film läuft an der gleichen Stelle wie vorher weiter. Jetzt haben wir genug Film geschaut, hören ein bisschen Musik und trinken etwas dabei. Dann können wir auf die Musik wechseln und die Minibar ausfahren lassen. Wir sind hier im zweiten Stock und zeigen Ihnen Küche-, Esszimmer- und Bad natürlich auch wieder vernetzt mit Revox-Licht-Multiraum. Jetzt haben Sie einen ersten Eindruck bekommen. Wenn Sie das mit eigenem Augenwetter sehen, lassen Sie sich in einem Revox-Feller-Studio begeistern. Dann können Sie das mit eigenem Augenwetter sehen, lassen Sie sich in einem Revox-Feller-Studio begeistern. Dann können Sie das mit eigenem Augenwetter sehen, lassen Sie sich in einem Revox-Feller-Studio begeistern. Dann können Sie das mit eigenem Augenwetter sehen, lassen Sie sich in einem Revox-Feller-Studio begeistern.